Jeder ist verdächtig, findet die Regierung. Vor unseren Augen entsteht ein digitaler Überwachungsstaat. Man weiß, wer du bist und wo du dich auffällst. Man kennt deine Passwörter. Man speichert, was du suchst, was du dir ansiehst und ob du auf den richtigen Seiten unterwegs bist. Ohne Anlass, ohne Richterbeschluss. Wenn du glaubst, du hast nichts zu verbergen, dann weißt du das nur noch nicht. Erfahre mehr unter afd.de. Zensur, falls du dich traust.